Ich bin Initiator und Betreiber des Renft Point in Erfurt in Thüringen. Steffen Büchner ist vor einigen Tagen gestorben, im Alter von 51 Jahren. Wir haben ein Foto hingelegt vom letzten Jahr. Im August haben wir seinen 50. Wortstag gefeiert und eine Menge Leute haben da Musik gemacht. In einem großen Saal in Erfurt. Wir hätten morgen dort gespielt. Und wir spielen heute für Steffen Büchner einen Song, den er sehr geliebt hat. Ein Stück von unserer 2013er Scheibe mit dem Titel Anytime on the Line. Und genau das trifft für Steffen Büchner zu. Er war immer unterwegs im Dienste der Musik. Er war auch sehr, sehr großer Neil Young Fan. Und deswegen Anytime. Er war auch sehr, sehr viel. Oh yes, er war auch sehr, sehr athletes. Oh no, egal. Oh no, egal. Ich hatte alles, sehr hilfreich. Oh nein, egal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020